Hallo Freunde, da sind wir wieder und nehmen mal hier gleich die nächste Quest dann, gucken. Ihr müsst den Wachen helfen. Ein Sieg würde uns nicht nur die Barbaren vom Hals schaffen, sondern auch die Moral der Wachen und ganz Brin Shenders anheben. Dann folgen wir mal den Questpfad so gut es geht. Hm, er pennten. Mal gucken was wir hier unterstützen sollen. Ich denke mal wir sollen die Wächter helfen. Jawohl! Dann helfen wir mal die Wächter hier mit dem... Bah, ich hasse es wären. Ich habe es doch schon gesagt. Oh Gott! Stürb, du Fie! Die Mächte müssen heilen! So, komm her du! Ich krieg' wir auch mal kurz! Joa! Gucken was die droppt haben! Nix wesentliches! Also geht's weiter! Und da sind auch schon wieder Banditen, die unsere Wächter haben! Bedrinkt! Mehr! Nieder mit dir! Ah, was blau ist! Jawohl! Sterbt! Ihr bösen Barbaren! Lasst meine Wächterruhe! Hint fort von diesem Ort! Sterbt du! Sträuch! Wo seid ihr ja, Barbaren? Kommt! Ich bin fort von diesem Ort! Lasst meine Wächter in Ruhe! Oh, lass die Wächter in Ruhe! Geht doch! So! Ab dafür! Die nächsten! Jawohl! Kommt her! Banditen! Mach euch kalt! Mach euch schaschlik! Abン! Okay! gotta go! So! Ich helfe! Yeah! Bäh! Gäh! Bettyn! Bäh! Bäh! ja voller weiter geht was den wächtern woher spitz woher noch mehr du streich stirb blöder wolf ich hasse wölfe so christ wäre er beschlossen bei diesem abgeben aber die quest fahre müssen sie noch verbessern wenn man diese gar nicht sieht so gut wie gar nicht sieht müssten sie irgendwie anheben kreis grafikfehler so ich habe gesehen wie einige der zurückkehrenden wachen ein notbild auf euch gesungen haben alle sind jetzt in einer besseren stimmung wo sie sehen dass mehr wachen auf ihren füßen anstatt in kisten zurückkommen wenn ich wieder eure hilfe brauche werde ich nach euch schicken lassen super ich gehe mal die quest ab beziehungsweise abschließen so